Diesen Freitag ist ja der Black Friday, der aus den USA bei uns adaptiert wurde. Wie geht der Vorarlberg-Handel mit dem Thema um? Gibt es da besondere Aktionen? Was ist die Bedeutung für Vorarlberg, das Black Friday? Ja, ich würde sagen, nicht übermäßig. Natürlich gibt es Geschäfte, die sich da anschließen. Die Tradition, wie Sie sagen, hat sie, ist ja von Amerika nach Europa herübergeschwappt. Es ist ein Schnäppchentag, könnte man sagen. Mit dem hat der Handel natürlich keine große Freude, weil solche Tage gibt es immer häufiger. Das zehrt natürlich an den Marschen, an den Gewinnen der Unternehmen. Und letztlich ein Unternehmen, das keine Gewinne schreibt, kann auch keine Steuern bezahlen, keine Sozialversicherungsbeiträge. Und deshalb sehen wir das eher kritisch, wenn immer mehr solche Schnäppchentage kommen. In den USA ist es ja so, dass das Black Friday der große Vorteil hat, dass auch Unternehmen, die sonst vielleicht weniger Umsätze einfahren, an dem Tag vielleicht mal in die schwarzen Zahlen kommen. Ist das auch in Vorarlberg so, dass man da wirklich mehr Einkünfte merkt am Black Friday? Natürlich steigern solche Tage die Umsätze, aber am Ende des Tages ist entscheidend, dass auch ein Gewinn übrig bleibt. Und ein Unternehmen, das es schon während dem Jahr schwer tut, Gewinne zu erzielen, der wird zwar an solchen Tagen die Umsätze steigern, aber letztlich bleibt nichts in der Kasse zurück und er wird scheitern damit. Außer, sage ich, wenn natürlich an solchen Tagen, und das hat sich in Amerika natürlich schon etabliert, wird allalong, wenn es immer mehr solche Tage gibt, auch hierzulande stattfinden, dass man an solchen Tagen besondere Produkte anbietet, nämlich Produkte, die günstiger sind, aber auch weniger qualitativ, also weniger wertvoll sind, dass man wirklich also billig Produkte verschleudert. Und das ist dann wieder ein Problem für den Konsumenten, weil dann hat er vielleicht nicht das erstanden, was er wollte, nämlich ein hochwertiges Produkt zu einem sehr günstigen Preis.